Vorsicht dich! Vorsicht dich! Vorsicht dich! Oh Gott! Pass doch auf! Oh Gott! Dirk! Vorsicht dich! Wohin? Links rum! Links rum! Langsam links rum! Oh Gott! Die droppen nix. Ja, das ist richtig wack. Warum droppen die nix? Zufall, ob sie droppen oder nicht, aber das ist wirklich so, das hab ich selten erlebt, dass die ersten fünf, die du anschließend nix droppen. Alter! Hier droppt überhaupt niemand was! Er ist wack. Also diese Ebony Wings. Du kannst selber picken. Ich sag dir nur was kombiniert. Ich sag dir nur was kombiniert. Also, ich würd den Magic Wand nochmal upgraden. Er schießt halt jetzt immer drei Dinger, aber er schießt die relativ in eine Richtung. Das heißt, für dich lohnt es sich ein bisschen, ja, bei bist. Das ist einfach OP, ne? No-Brainer. Zwellbinder. Schau mal. Zwellbinder ist das Kombi-Item für die Bibeln. Damit du dir da schon mal sicherst, dass das eine Ulti werden kann. Die Blitzis? Bible oder Lightning ist auf jeden Fall auch cool. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock, den zu spielen. Der macht auf der Map schon Sinn, weil er so schön weitläufig verteilt. Jetzt musstest du aufpassen, dass du gleich irgendwann einen Duplicator nimmst, wenn du kannst. Guck mal, da liegt schon wieder schön was rum. Das kannst du dir gleich alles schön snacken. Die Lücke muss da sein, Dirk. Da ist die Lücke, siehst du das? Zack. Oh, ich werde so die Bibeln jetzt noch mal kurz machen. Die Blumen brauchst du nicht. Geht nichts. Das Ding ist, bei den Blumen gibt es immer die Option... Boah, stirb! Bei den Blumen gibt es immer die Option, notfalls kannst du einfach durch Jolo'n. Ja. Also wenn du so viel Leben hast wie jetzt, geht's. Wenn du so viel in die Dränge kommst, die tun dir weniger Schaden, als wenn du in die Gegner reinrennst. Oder so, ne? Ich mach mal den Boss jetzt. Oh, noch mal eine Bibel. Bibel Level 6, sehr schön. Alter, episch. Da unten ist jetzt übrigens gerade ein Kors gespawnt. Da kannst du, wenn du da drüberläufst, warte bitte auf den Boss, bevor du das tust. Kannst du Insta den Screen clearen. Das lohnt sich richtig schön beim nächsten Boss. Sag mal, wenn er kommt. Gehst du ja. Ja, was soll ich für die aussehen? Nur aufpassen, dass du dich nicht einkesseln lässt, ne? Ja, kein Anfänger. Daher bloß. Want? Ja, auf jeden Fall. Solide. Da kommt der Boss von rechts angeflügelt. Jetzt. Nein! Boah, doch! Alter, fast aus dem Bildschirm raus gewesen, der Boss. Ha, 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 ha. Boah, war wieder von oben. Ja, und die schieben diese Viecher da so in sich rein, weißt du? Das muss einmal, geht das schief, Alter, und dann bist du weg. Nochmal? Genau, den kann man bis, also den kann man zweimal benutzen. Also nochmal. Ja, ist auf jeden Fall gut. Dann ist der schon Max, schonmal. Ja. Boah, Lightning. Das würde ich gern buffen. Dass der auch mal was macht, weil so diese zwei, drei Mini-Blitzis. Mal ehrlich. Kein Blumentopf. Das muss richtig Palpatine-mäßig abblitzen. Oh, ja, komm her. Perfekt. Oh, Baby, ich lieb das, wenn die kommen und die Bibeln sind draußen. Das ist immer das Beste. Erst zehn Minuten? Ja. Boah, was? He, 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 he. Es wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen knackiger, Marcel. Wuhu, Dreier! Oh, geil. Jetzt aber mal, komm. Alle drei geile Upgrades. Er müsste eigentlich schon stark genug sein, Lena. Mal gucken. Oh, nochmal Bibel, jawollo. Und was ist das andere? Kenn ich nicht. Boah, hallo? Gehen die mal weg? Danke. Boah, guck mal, wie viel Cash hier rumliegt. Nochmal Crone. Oder den Wand. Ah, jetzt ist mal der Garlic. Nee, Garlic jetzt überhaupt nicht mehr. Garlic ist nur Early Game. Late Game, kompletter Quatsch. Oh, jetzt bitte Bibel bleib draußen. Oh fuck, jetzt ist aber hier eng. Aber komm ich durch, oder? Mit dem Bibel? Theoretisch schon, ja. Komm raus, komm raus, komm raus. Ha, 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 ha. Bibel nochmal. Ja, das ist geil, dann kannst du die bald holen. Ja, guck mal, die Bibel. Boah. Ja, damit bist du jetzt echt gut unterwegs. Holy moly. Jetzt wäre deine Möglichkeit, den Revive zu holen. Aber glaubst du, ich brauche den? Glaubst du wirklich? Mhm. Mhm. Du sagst, ich schaff das. Und dann kommst du mir mit Revive jetzt um die Ecke. Was ist das für eine Nummer? Boah, es wird aber jetzt hier langsam kuschelig. Junge. Zum Glück sind die Bibeln am Start. Ja, aber. Also ich würde wahrscheinlich das Cross nehmen. Was macht das Cross? Macht so einen Bumerang, siehst du jetzt. Also Cross ist eigentlich ziemlich fett, auch immer schon am Anfang. Oh, ich brauche keinen Schaden. Von wo? Die Vögel. Die brauchen richtig viele Hits, bis sie drauf gehen. Boah, ich komme nicht raus. Ich muss ja die Kurve laufen. Ich will da ja wieder hin. Ich will ja wieder runter. Mhm. Fuck. Dirk. Ich. Das habe ich nicht kaum sehen. Ja, ja. Ich sag ja, das jetzt wird es ein bisschen fuchsig. Und jetzt? Steil ich da direkt mit halbem Leben? Mhm. Ähnlich schnell. Vorsichtig. Das habe ich auch nicht gesehen. Du musst ein bisschen aufpassen mit den Movements. Du darfst nicht mehr so aggressiv rauf reinlaufen jetzt. Du musst auch mal ein bisschen in die Gegenrichtung manchmal laufen. Oh nein. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Ja, aber immer erst, wenn die Gegner weg sind. Nicht vorher schon. Ja, aber die kommen alle von überall. Hier ist nirgendwo eine Lücke. Kommt auch nicht mehr. Es wird nie mehr eine Lücke kommen jetzt. Nie mehr? Nie mehr. Das war ja, wenn mir das gefällt. Da ist Hühnchen. Boah. Da, da, da. Sehr gut. Boah. Okay. Mal ein bisschen Luft zum Atmen jetzt hier. Hühnchen. Hühnchen ist sehr gut. Sehr gut. Fuck. Fuck. Da unten ist die Truhe. Da musst du hin. Siehst du die Truhe? Oh ja. Unten ist der Pfeil. Scheiße. Ich kann nicht nach unten. Wenn du da hin könntest, wäre richtig geil. Weil dann würdest du jetzt ein Ultimate bekommen und das würde das Gameplay sehr viel leichter machen ab hier. Vorsichtig. 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 Oh Gott. Pass doch auf. Ich komm nicht nach unten. Dirk. Hast du noch ein Revive? Ja, ich glaub schon. Oh Gott. Dirk. Vorsichtig. Wohin? Sag mir wohin. Links rum. Links rum. Langsam links rum. Oh Gott. Mach das Spinach hoch. Spinat hoch. Oh. No. Fuck, 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 fuck. Oh, da ist die Truhe. Langsam in die Richtung. Oh nein. Das ist ein Boss. Das ist ein Boss. Den kriegst du nicht tot. Oh Gott. Du kommst nicht zur Truhe. Ich fass es nicht. Du bist abgeschnitten von der Truhe. Nein, der ist gleich weg, oder? Der muss ja irgendwann weggehen. Oh no. Oh nein. Beide Truhen sind so weit weg. Du bist so nah an der Ultimate. Oh nein, ey. Das kann nicht wahr sein. Dann geht der denn mal weg. Ja, die sind richtig hartnäckig jetzt am Schluss. Da oben ist nochmal eine... Boah, Halleluja. Uhuhuhu. So, und jetzt eine Multi-Chest und direkt mehrere Ultis. Komm. Ich pumpe. Mach mal. Ne, nur eine. Oh. Okay, der Ring... Der Ring in die Ulti. Gucken wir mal, was der macht. Der ist schon... Der macht schon Bock jetzt. Ich muss da runter zu der Truhe. Da oben ist auch Leben vielleicht. Oh fuck, ich komm nicht durch dick. Es wird jetzt ein bisschen dünner durch den Ring. Das ist das? Ah, der sammelt alle, auf der ganzen Karte, alle Dinger ein. Boah, das ist gut, weil ich hab viel liegen lassen. Boah. Das ist hier Palpatine-Style. Jetzt zu den Truhen, Alter. Baby. Let's go! Und da ist jetzt auch noch die... Das Chicken! Jetzt aber! Vorsicht Chewbacca, Alter. Oh, Chewbacca kommt. Ich seh nur noch einen Fall. Oh, ich bin an der Truhe vorbeigelaufen. Ich schwachkomme. Da kommt ja noch eine. Ja, aber oben ist auch noch eine. Ja, okay. Zu der musst du dann danach. Sind wahrscheinlich ein paar Meter. Alter, die ist richtig weit weg. Wann ist sie denn gefallen da unten, Alter? Pass auf, dass du nicht irgendwo hängen bleibst. Diese Bäume und Hölzer und so sind alles, ne? Boah, wo ist die? Ich hätte jetzt umkehren sollen. Oh Gott. Ich hätte umkehren sollen. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen zu der anderen Truhe. Wir sind so am... Da ist sie. Warum ist sie denn so spät? Ich hab die jetzt eben erst gesehen. Junge, Junge, Junge. Auch wieder eine Einzel nur. Ich hab doch Lack genommen. Hoffentlich reicht das schon für eine Ultimate. Ja. Ja. Guck mal, jetzt hier, easy win. GG. Let's go. Ist schon fertig. Sehr gut ist das. Run ist durch. Hä? Das ist keine Ulti. Doch, jetzt. Ah. Pass auf, dass du nicht in die reinlässt, bevor die weg sind. Ja. 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 Hier ist noch ne Truhe. Wie denn nur einzeln? Sag mal. Das ist doch gegen mich, das Game. Ja, du hast... Es ist schon wahrscheinlich... Es gewinnt immer die Bank. Was ist das? Das ist die Ulti vom Cross. Lichtschwert-Ulti. Episch. Boah, wenn die einmal hinter der Linie sind, das ist richtig... Ja, genau. Deswegen ist es richtig gefährlich. Vorsichtig. Die pushen auch diese Dicken in dich rein. Ich bin am Arsch. Ja, ja, genau. Die pushen die Dicken in dich rein und dann... Aber ich wollte ja den Revive auch loswerden. Aber vorsichtig, ne? Siehst du das? Ja, ja, ja. Nicht zu aggressiv in diese... Ich muss die Lücke, ich muss die Lücke... Boah, Alter, das ist übel. Ja, ja. Oh, nein! Fuck! Oh Gott! Ist es so knapp, ist es so knapp! Oh Gott, ist das knapp! Oh, ho, ho! Ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Nein! Entspann dich mal! Oh, nee! Warum ist das bei dir nicht so spannend gewesen? Und hier ist es so knapp jetzt. Ticken! Ja! Längst... Oh, jetzt kommen wieder Blumen! Oh, nein! Das hab ich schon wieder vergessen! Oh Gott! Firewand! Fuck! Da ist der Boss! Aber auf die anderen gehen, sagst du? Ja. Nicht auf den Boss? Tendenziell... Ja, irgendwann lohnt es sich jetzt den Boss hier auch zu snacken. Ähm... So viel ist nicht mehr da. Hol dir die... Den Boss jetzt... Du kannst dich auf ihn fokussieren. Ist ja kein anderer da. Oben ist gleich ein Chicken. Für nachdem die weg sind. Und die Truhe... Immer einzelne Truhen. Immer einzelne Truhen. Richtig mies. Miese Brise. Nochmal Axt. Hm. Jetzt schon die Truhe? Naja, wenn du kannst, warte noch. Ah, vorbei, Alter. Du müsstest noch zwei Level schaffen vorher. Also nehm. Scheiße, ja. Nimm sie vielleicht lieber, bevor sie gleich weg ist. Immer einzeln. Ah, Mann, ey. Ja, mach die Tum full. Dann kannst du danach Clover machen. Und als letztes... Äh... Dann nochmal Luck pushen. So. Jetzt machen wir den Magic Wand noch auf full. So, jetzt hast du einen Arsch voll Ulti-Waffen. Und eigentlich ist damit machbar. Oh, da unten. Boah! Was jetzt? Naja, das ist jetzt halt... Na, Leute? Ist das befriedigend oder was? Guck mal, wir haben es pünktlich 10 Uhr jetzt, Marcel. Ich weiß nicht, ob ich aufhören kann. Wir sind doch gleich gut. Wenn du es schaffst, ist doch alles gut. Ja. Dann kannst du heute nicht mehr erreichen. Mehr geht nicht. Wie lange denn noch? Drei Minuten noch. Ja, ja, die letzten zwei Minuten sind richtig übel. Du hast halt keine Möglichkeit, HP zu generieren, zu regenerieren. Äh, außer über die Level Up, genau. Ja, aber die kommen ja jetzt wie am Fließband. Da unten ist dann nochmal ein Chicken für später. Da kannst du ein bisschen drumrum tänzeln. Guck mal, das Spiel versucht alles und es kommt nicht durch. Du bist zu strong, Marcel. 20 Sekunden nur noch. Du schaffst das. 20 Sekunden? Easy Snack. Raus hier aus der Hülle. Jawoll. Ich komme hier raus. Jawoll. Auf jeden Fall kommst du da raus. Nice. Oh nein. Yeah. Yeah. Wuhu. Yeah. Yes, 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 yes. Nice. GG. Uff. G fucking G, Alter. Alter, das war aber zwischendurch war das ein Krimi. Mhm. Ich mach mal kurz jetzt hier, ich muss mal einmal kurz, ich muss das mal in den Warenkorb tun hier. Du musst es einmal kurz für mich kaufen. Ja. Einfach geil. Hm. Warten Late Night Session im Discord gleich. Juge, Juge, Juge. Das war viel zu aufregend. Es war zum Schluss einer, aber schon zu müde. Ich bin aber tausend Tode gestorben. Ich dachte zwischendurch, nee, das war es jetzt. Ja, war ja auch ein, zwei Mal. War es knapp? Es ist zweimal, um genau zu sein. Ja. Mach mal die Augen zu, ganz kurz. Siehst du es? Ich sehe es vor mir, ja. Ja? Ja. Das ist die Truhe. Die Truhe ist vor mir. Ja. Das, Leute, passiert. Könnt ihr auch gerne mal überprüfen. Wer jetzt nicht dieses Spiel direkt vor Augen hat, der hat gerade nicht richtig zugeguckt. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend. Hände über die Decke. Spielt nicht so viel Vampire Survivors und wir sehen uns diese Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Töne. Bis zum nächsten Mal.